Es ist ein außergewöhnliches Talent, von einem Genius inspiriert, der etwas Großes schaffen will. Genie ist die Person, die in einer Situation neue Gedanken denkt. Und es will vor allen Dingen auch brechen mit Normen. Es möchte sich nicht in einen Regelberg einpassen lassen. Schöpferisch zu sein wie Gott. Welche Anmaßung. Welche Idee. Und denkbar erst in einer Zeit, in der die Aufklärung Licht bringt in düstere Dichter- und Denkerstuben. Einer Zeit, in der der Gedanke aufkommt, der Mensch sei mehr als nur ein Geschöpf, das abhängig ist von höheren Mächten, irdischen wie himmlischen. In der Zeit der Säkularisierung also, ab 1700, meint der Literaturwissenschaftler und Initiator der Heidelberger Vorträge zur Kulturtheorie, Professor Dieter Borchmeier. Das gehört zum Geniebild dazu, dass er eine Art Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus dem Nichts betreibt. Das heißt, dass er sich nicht auf vorgefertigte Regeln und Muster verlässt, sondern dass er aus sich heraus schafft. Etymologisch hat der Begriff Genie zwei Wurzeln. Da ist zum einen das Wort Ingenium, abgeleitet aus dem Verb Ingignere, was so viel bedeutet wie Einpflanzen. Ingenium, das steht für das besondere Talent. Zum anderen aber der Genius. In Zeiten römischer Religiosität war er der Schutzgeist der Männlichkeit oder Das war die Verkörperung der männlichen Zeugungskraft. Womit, so Dieter Borchmeier, auch bereits die Frage beantwortet wäre, warum Genies so häufig männlichen Geschlechts seien. Denn es ist nun mal die Zeugungskraft und das prägt sich auch in verschiedenen Genietraktaten des 18. Jahrhunderts aus. Die Grundlagen des Geniekults sind eigentlich im Wesentlichen in England gelegt worden. William Shakespeare und seiner alle Grenzen der Zeit sprengenden und bis heute immer wieder erstaunlichen Menschenkenntnis verdanken wir die Vorstellung davon, dass es Genies gibt. Dass es Menschen gibt, die Gedanken denken und aussprechen, die niemand vor ihnen gedacht, niemand ausgesprochen hat. Oder wie der britische Dichter und Kulturpolitiker Joseph Addison schrieb, Shakespeare war mit allem geboren, was zur Dichtkunst gehört, welches die Natur freiwillig und ohne alle Hilfen der Kunst hervorgebracht hat. Man kann ihn nur mit dem Stein im Ring des Pyrus vergleichen, der, wie Plinus sagt, die Figur des Apoll und der neuen Musen in seinen Adern gehabt hat. Allerdings hat es nach Shakespeares Tod fast 100 Jahre gedauert, bis sich die Ansicht, dass er eine extreme Begabung und Rühmenswert sei, durchzusetzen begann. Bis dahin galt er als grobschlechtig, unzivilisiert, ein übles Subjekt und allenfalls tauglich als ein Komödiant fürs einfache Volk. Friedrich II. empörte sich über die lächerlichen Farsen, die jetzt überall gegeben würden, und Voltaire urteilte, Shakespeare sei ein Wilder von einiger Einbildungskraft, dessen Werke nur in London und Kanada gefallen. Doch diese Einschätzung änderte sich mit Beginn des 18. Jahrhunderts. Our Countryman, Shakespeare, sagte Edison, der ist eigentlich das Genie. Das hat man also sehr wohl gewusst. Und spätestens mit dem Erscheinen von Johann Wolfgang Goethe in der Literaturwelt wurde Shakespeare auch hierzulande der Fixstern, zu dem alle aufblickten. In dessen Stücken kämpfte das Individuum gegen die Gesellschaft, gegen die Konvention, es lehnte sich auf. Shakespeare hielt sich nicht mehr an den von Aristoteles zementierten Dramenaufbau mit der Einheit von Ort, Zeit und Handlung, sondern er sprengte die Regeln. Goethe war begeistert und schrieb in seiner Rede zum Shakespeare-Tag 1771 Ich zweifelte keinen Augenblick, dem regelmäßigen Theater zu entsagen. Es schien mir die Einheit des Ortes so kerkermäßig ängstlich, die Einheit der Handlung und der Zeit lästige Fesseln unserer Einbildungskraft. Ich sprang in die freie Luft und fühlte erst, dass ich Hände und Füße hatte. Und jetzt so, da ich sahe, wie viel Unrecht mir die Herren der Regeln in ihrem Loch angetan haben, wie viel freie Seelen noch drinnen sich krümmen, so wäre mir mein Herz geborsten, wenn ich ihnen nicht Feder angekündigt hätte und nicht täglich suchte, ihre Türme zusammenzuschlagen. Das war der Beginn der Sturm- und Drangzeit, der Geniezeit. 1774 hatte Goethe seinen ersten Sensationserfolg mit den Leiden des jungen Werther und galt ab sofort selbst als Genie, als einer, der andere Götter nicht achtet. Wie in seinem Gedicht Prometheus, den er ausrufen lässt. Bedette deinen Himmelsäusch mit Wolkendunst und über dem Knabengleich der Distel und Köpft an Eichen, die von Bergeshöhen musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. In Goethes Genie-Hymnen manifestiert sich erstmals der Anspruch, den das Genie an sich selber stellt. Selbst etwas erschaffen. Die Grenzen der Rationalität sprengen. Künstler sein. Deshalb hat Kant in der Kritik der Urteilskraft gesagt, nur Künstler können Genies sein, weil sie aus dem Unbewussten schaffen. Und während der Wissenschaftler natürlich ganz klar aus dem Bewusstsein schafft, deshalb kann er kein Genie sein. Ein Entdecker hat Kant gesagt, wie Kolumbus ist kein Genie, sondern nur der etwas erfindet. Als einen eigentümlichen Geist bezeichnet Immanuel Kant den schöpferischen Menschen. Das gefiel ihm besser als der Begriff Genie. Wobei eigentümlich damals durchaus eine andere Bedeutung hatte als heute. Eigentümlich heißt eben ein Geist, der ganz aus sich heraus schafft. Das kommt ja von Eigentum. Das ist, was er macht, ist sein Eigentum. Es ist ihm eigen und nicht vorgefertigt. Zum Genie wird man nicht gemacht. Ein Genie ist man, von vornherein. Und das weiß man auch. Wer den Regeln folgt, der braucht keine Überzeugung von sich selbst zu haben. Aber wer sagt, ich will von diesen Regeln nichts mehr wissen, das heißt ja, er ist von sich selbst überzeugt. Sonst würde er die Regeln ja gar nicht zu durchbrechen wagen. Diese Subjektivität des Genies ist das ganz wesentliche. Dieses subjektive Selbstbewusstsein. Sonst kann ein Genie kein Genie sein. Dass es sich bei einem Genie nur um einen Künstler handeln kann, hat Kant übrigens später revidiert. Auch Wissenschaftler konnten dann in den erlauchten Kreis aufgenommen werden. Der um sich greifende Geniekult hatte ihn entsetzt. Er entwickelte eine Aversion gegen die Geniemänner, die Genieaffen. Sie hatten die Aufklärung bringen sollen und nun gebärdeten sie sich gleich Eingeweihten oder Machthabern in autoritärem Ton. Für Barbara Beslich, Leiterin des Instituts für Literaturwissenschaften an der Universität Heidelberg, ist ein Genie nicht nur jemand, der alleine im stillen Kämmerlein sitzt und sich für etwas Besonderes hält. Es braucht auch Gefolgschaft. Diejenigen, die unbedingt an seinen Genie glauben, die mitgehen. Genie ist eine Frage von Zuschreibung. Und nicht nur die Franzosen sahen in Napoleon ein Genie. Wie schon Shakespeare wurde auch der charismatische Aufsteiger aus Korsika vor allem in deutschen Landen als Nationalheld adoptiert. Und zwar schon zu einer Zeit, als er als General der Revolutionsarmee eigentlich ein politischer Gegner war. Aber eben nicht für alle. Da ist es eben interessant zu beobachten, dass Napoleon nur sehr, sehr kurze Spanne eigentlich als Nationalfeind konzipiert wurde während der Befreiungskriege. Dass der Revolutionsgeneral der 1790er Jahre begeistert rezipiert wurde, als jemand, der eben auch die Revolution trägt in andere Länder. Dass dann nur langsam sozusagen nach der Kaiserkrönung Skepsis aufkommt. Und als dann Napoleon nach St. Helena verbannt wird, schon sehr, sehr früh wieder Verklärungen auch anfangen. Das Napoleon Krieg über ganz Europa gebracht hatte, sah man ihm nach. Noch weit über seinen Tod hinaus beeinflusste er nicht nur die Kunst, sondern auch die deutschen Politiker, die von einem vereinten Land und einer Verfassung träumten. Er hat natürlich auch mit dem Code Zivil ganz neue Rechtssicherheit gebracht. Und er ist jemand, der im Nachhinein im Exil auf St. Helena sich selber als großen Liberalen stilisiert hat. Er hat Memoiren diktiert, indem er sozusagen sich sehr viel liberaler stilisiert hat, als er war. Und das hat gewirkt auf den deutschen Vormärz. Bis ins Jahr 1848 wurde Napoleon als Kämpfer gegen die Restauration verehrt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mischten sich andere Töne in den Geniediskurs. Vor allem in den Schriften Friedrich Nietzsches ging es nicht mehr um bürgerliche Freiheiten, sondern um die Verehrung eines einzigartigen Menschen. Das ist der große Einzelne, der auch als geistesaristokratischer Einzelne konzipiert wird. Napoleon verkörperte den Wunsch vieler Deutscher nach dem starken Mann, einer Führerfigur. Einem, den sie verehren und lieben konnten und der zu ihnen, der zu dem deutschen Volk passte, der wesensgleich war. Dieses Wir gegen den Rest der Welt, geleitet von einem charismatischen Führer, konnten die Nationalsozialisten für sich nutzen. Sie taten es auch, allerdings mit Einschränkungen. Es gibt zum Beispiel sehr interessant eine Napoleon-Biografie von einem Nationalsozialisten, die dann 1942 eingestampft wird. Also an sich ist diese Napoleon-Biografie eine, die ganz auf Hitler zugeschrieben ist. Hitler ist unser Napoleon und das ist dann etwas, was 1942 natürlich nicht mehr opportun ist. An Napoleons Scheitern in Russland und an sein unrühmliches Ende mochten die neuen Herrscher nicht gerne erinnert werden. Und überhaupt, wozu brauchten sie Napoleon? Die Deutschen hatten doch jetzt selbst ein eigenes Genie an der Macht. Und dann gibt es auch das satanische Genie. Und nicht nur, um zu sagen, das Genie, das uns Freude macht, das uns Probleme vom Halse schafft, sondern auch das Dämonische und Satanische in genialischer Form. Sagt der Politikwissenschaftler Prof. Herfried Münkler von der Humboldt-Universität Berlin, der im Rahmen der Heidelberger Vorträge die Frage stellen wird, war Hitler ein Genie? Ja, wenn wir bereit sind zu akzeptieren, dass Genie in der Regel nicht den ganzen Menschen umfasst, sondern dass es ein Einsprängsel in einer oft sehr komplexen Person ist. Wenn wir bereit sind, diesen Gedanken so zu denken, also die Ambivalenz dessen, dann kann man schon sagen, in mancher Hinsicht hatte Hitler geniale oder genialische Züge. Das betrifft Fragen der Propaganda und der Beeinflussung von Menschen. Schon zum deutschen Blick auf Napoleon hatte beides gehört, meint Herfried Münkler. Einerseits dessen ungeheure Stilisierung fast in einer Erlöserrolle, andererseits die Bewunderung des Dämonischen, des Apokalyptischen. Das, glaube ich, wiederholt sich in mancher Hinsicht bei Hitler. Wir verstehen das Geniale als den Menschen, der etwas mehr leistet als die anderen, aber für die Allgemeinheit etwas Gutes tut. Meint der Staats- und Steuerrechtler Prof. Paul Kirchhoff. Ich würde mich sperren gegen diesen Begriff genialer Verbrecher. Er kann fantasiereich sein, unglaublich einfallsreich sein. Jeder Großverbrecher meint auch, er sei listiger und verschlagener als die anderen Menschen. Denn er tut es ja, weil er nicht entdeckt wird, vermeintlich. Aber ich glaube, der Genius ist, ich will etwas entdecken für die Menschheit. Ich will der Menschheit ein großes Geschenk machen. Außerdem, so gibt Paul Kirchhoff zu bedenken, sei das Recht eine sich wandelnde Größe. Was zu Zeiten Michelangelos Hochverrat war, wäre heute Vertragsbruch und würde höchstens eine Geldbuße nach sich ziehen. Michelangelo dagegen hatte sein Leben riskiert, als er dem Papst seinen Meißel vor die Füße warf und aus Rom floh, ohne das von ihm geforderte Monument vollendet zu haben. Auch im 21. Jahrhundert gibt es Genies, keine Frage. Gibt es Wissenschaftler, die den Nobelpreis verdient haben, gibt es Erfinder und außerordentliche Künstler. Und auch der Begriff ist nicht aus der Mode gekommen. Er ist allgegenwärtig, fast eine Art Plage. Literaturwissenschaftlerin Barbara Beslich. Also der Geniebegriff ist natürlich vor allen Dingen inflationär gebraucht. Dass es eigentlich eine Alltagsvokabel ist, die für alles Mögliche verwendet werden kann. Also ein Begriff, der sich eigentlich für heutige ästhetische Debatten eigentlich verbraucht hat. Das ist ja, glaube ich.